Jo Leute, was geht? Hier ist euer MonkeyDash und willkommen zu einem ganz kurzen, blitzschnellen Video, denn ihr glaubt gar nicht, was mir passiert ist. Ich werde euch in die Videobeschreibung und auch unten in die Kommentarbox zwei meiner neuesten Videos verlinken und zwar einmal ein Infovideo, in dem ich Mario Kart 8 Deluxe spiele. Dort werde ich noch zu meinen Projekten und zu meinem PC etwas sagen und das andere Video ist auch hier in Let's Go Pikachu aufgenommen. Das Video handelt um eine Zeraora-Code-Verteilung. Unbedingt anschauen diese beiden Videos, denn in diesem Video mit Let's Go Pikachu, mit der Zeraora-Verteilung, finde ich doch tatsächlich einfach so per Zufall ein Shiny Macholo. Ja, schaut einfach mal rein, so schnell wie möglich Leute. Macht!